Ich sehe bekannte Gesichter. Wie manche von euch wissen, mache ich nicht sehr oft Satsang. Die meiste Zeit in meinem Leben verbringe ich damit, über medizinische Angelegenheiten zu reden, weil in den USA, also ich bin eben Mediziner. Aber warum auch immer lande ich jedes Jahr in Baden-Baden und rede über spirituelle Dinge. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und es ist mir auch egal. Also ich merke, über die Jahre wird es für mich immer schwieriger, den Anfang zu finden, über diese Themen zu reden. Also es kommt mir so vor, als ob ich auf spontane Art und Weise einfach immer weniger zu sagen habe. Und es scheint zu sein, als ob die einzige Male, die ich über sowas rede, ist, wenn jemand anderes das Thema anschneidet. Und heute habt ihr diese Aufgabe. Also wenn jemand Fragen hat oder was auch immer ihr besprechen möchtet. Wie geht's Nadine? Nadine geht's gut. Also hat ein paar gesundheitliche Herausforderungen, aber ihm geht's gut. Wenn nicht alle werden dich kennen, vielleicht kannst du zwei, drei Worte zu dir sagen. Vielleicht auch wie du zu Spiritualität gekommen bist. Wie bist du zu spirituellen Themen gekommen? Das ist noch schwieriger zu erklären. Das ist noch schwieriger zu erklären. Also es scheint sehr wichtig zu sein, als es geschah. Und jetzt scheint es weniger und weniger wichtig darüber zu reden. All my life, as most of us, I had this precious notion of an individual in control of life. Also mein ganzes Leben, so wie es den meisten von uns geht, habe ich eine kostbare Vorstellung gehabt, dass es um das Individuum geht im Leben. Und wenn alles nach meiner Meinung richtig lief, dann war ich sehr zufrieden und stolz. Aber als die Sachen nicht so lief, wie ich wollte, was eigentlich öfters geschieht, habe ich Wut gehabt, ich war enttäuscht und allgemein ging es mir miserabel. Und ich habe immer nur den Gedanken gehabt, ich müsste nur stärker arbeiten oder irgendwas anderes umstellen und dann würde das Leben so verlaufen, wie ich es mir wünsche. Also ich habe Stunden meditiert am Tag und ich habe gedacht, das würde mich zur Erleuchtung bringen. Und ich habe Stunden lang am Tag Übungen gemacht und Sport gemacht, weil ich gedacht habe, das würde mich gesund machen. Und ich habe noch viel, viel mehr Stunden am Tag gearbeitet, weil ich gedacht habe, dann würde ich reich und berühmt und erfolgreich. Und an einem Tag bin ich mit Krebs diagnostiziert worden. Und ich habe meine Gesundheit verloren. Meine Praxis und meinen Wohlstand habe ich verloren. Und jede Art, wie ich mich selbst definiert habe, war dann plötzlich kaputt. Und die nächsten anderthalb Jahre bin ich immer tiefer und tiefer in die Verzweiflung gerutscht. Und während dieser Zeit habe ich nach wie vor versucht, die Kontrolle über das Leben wieder zu erlangen. Da es mir zugefallen ist, mich wieder gesund zu machen, dachte ich, ich muss wohl schuld sein, dass ich nicht gesund war. Und ich habe wieder schwerer und schwerer gearbeitet. Und ich habe vier bis fünf Stunden am Tag meditiert. Und Sport habe ich noch mehr gemacht. Und ich habe wieder Mineralien und Vitaminen und alles Mögliche zu mir genommen. Und um diese ganzen Geschehnisse, die ich gemacht habe, war das Gefühl von Verzweiflung. Und eines Tages habe ich das Gefühl gehabt, ich habe keine Chance, ich wollte einfach aufgeben. Ich war absolut verzweifelt und habe es abgeschrieben, dass ich je wieder die Kontrolle über irgendwas wieder erlangen würde. Und in alle Arten, wie ich mich bisher selbst definiert habe, war ich dann am Ende. Ich habe nirgendwo, wo ich mich zuwenden konnte. Und auf jede Art und Weise habe ich mich allein gefühlt. Und in diesem Zustand habe ich dann zum ersten Mal Nadine gehört. Also ich war in Costa Rica, um mich zu erholen. Ich habe noch nie von Nadine gehört gehabt und ich wusste auch gar nichts von dem Ort, wo er gelebt hat. Und er hat etwas gesagt, das ich zwar schon mal gehört habe, aber auf irgendeine Art und Weise habe ich es nicht wirklich gehört. Er hat gesagt, das Bewusstsein ist alles, was es gibt, und du bist das, das. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass es keinen Rick gab, der irgendwas wieder auf die Reihe bringen musste. Wenn es nur ein Bewusstsein gibt, dann gibt es niemand außerhalb dieses Bewusstsein, um das zu verändern. Und in dem Moment ist Rick verschwunden. Und es gab sogar die Erkenntnis, dass es nie irgendwas so wie Rick gegeben hat. Es ist nur das Bewusstsein, was sich entfaltet. Und es war die reinste Frieden und Erleichterung. Und dieser Frieden ist nie weg von mir gegangen. Also der Charakter Rick hatte vor dieser Erlebniserfahrung in der Meditation. Es war tiefer Frieden und eine unglaubliche Ekstase. Aber das wurde immer betrachtet als eine Erfahrung, die Rick hatte. Und es wurde auch so betrachtet, dass es, wenn Rick stärker dafür arbeiten würde, könnte er es wieder erlangen. Und das war jetzt was anderes. Es war sehr viel ruhiger. Weniger spektakulär. Es war einfach das Verschwinden von jegliches Gefühl von Individualität. Es war nicht eine Erfahrung, dem Rick geschehen ist. Es ist einfach nur, wer auch immer das erfahren konnte, ist verschwunden. Ich habe gesagt, diese Geschehnisse sind einfach immer weniger wichtig für mich geworden. Ich fing früher meine Satsangs auf diese Art und Weise an, indem ich mich vorgestellt habe und diese Geschichten erzählt habe. Aber in Wahrheit ist das eine Geschichte, die einen Charakter in einem Schauspiel geschieht. Und es ist wirklich nicht interessanter oder weniger interessanter als das, was alle anderen Charakteren in dem selben Schauspiel geschieht. Am Ende des Schauspiels sind alle Geschichten gleich interessant. Es ist eine Erkennung, dass speziell diese eine Geschichte nie wirklich so wichtig war. Wer du wirklich bist, transzendiert alle solche Geschichten. Und es ist keine Wesenheit innerhalb von Zeit, sondern es ist außerhalb von Zeit. Alle Geschichten, alle Geschichten, alle Ideen von Zeit oder Raum sind inbegriffen in dem, dem du wirklich bist. Also die Geschichte wird einfach immer ein bisschen unwahrscheinlicher. Es ist mehr wie eine Erinnerung heutzutage von irgendwas, was geschehen ist, was einfach immer weniger wird. Wenn du aus Rick aus der Vergangenheit sprichst, der verschwunden ist, was meinst du dann genau mit Rick? Sind das die Gefühle oder die Gedanken? Wenn du von Rick aus dem Vergangenheit sprichst, was meinst du von Rick aus dem Vergangenheit sprichst? Sind das die Gedanken? Sind das deine Gefühle? Alles, was jetzt ist, passiert im Moment, im ewigen Jetzt. Danke. Wenn wir von was sprechen, was vermeintlich in der Vergangenheit geschehen ist, sind das eigentlich nur Worte, die jetzt im Moment geschehen. Wenn wir sie Erinnerungen nennen, der Geist kreiert eine ganze Vergangenheit daraus. Aber diese Vergangenheit ist eigentlich eine Idee, die in der Gegenwart ist. Es ist nur jetzt, nur dieser Moment, diese Gegenwart. Und alle Gedanken, alle Vorstellungen von Zeit, sie passieren und geschehen jetzt. Gibt es in deinem Alltag, finden da noch innere Dialoge in der Stadt? Gibt es noch innere Dialogues in dir, jeden Tag, oder in deinem Tag? Absolut, jede Minute von jedem Tag. Natürlich, jede Minute von jedem Tag. Die Gedanken, die machen immer weiter. Und weißt du, wie man weiß, wenn die Gedanken aufhören? Das ist, wenn du tot bist. Und dann weißt du es nicht. Und das ist wahr, auch wenn die Gedanken, wenn der Mind aufhört, wenn die Gedanken aufhören in Meditation oder wenn du erleuchtet wirst, ist dann niemand da, der das eigentlich schätzen kann. Der einzige Unterschied, den ich beschreiben kann, ist, dass es nicht wirklich... Es ist gesehen durch, so to speak. Es ist gesehen durch? Es ist gesehen durch. Also das einzige Art, wie ich es beschreiben kann, ist, man durchschaut es. Die Gedanken, die drehen sich immer weiter. Du siehst genauso aus wie ein Individuum, wie ich, wie ein Individuum aussehe für dich. Mit meinem Mind und meinen Augen kann ich mir vorstellen, dass du ein individuelles Leben hast. Mit einer Familie, ohne Familie, wie auch immer. Aber irgendwas anderes schaut durch diese Gedanken hindurch und weiß, dass das einfach eine Geschichte ist, die wie auf einer Schauspielbühne gerade gespielt wird. Die meisten Ideen, dass die Gedanken oder der Mind aufhört, das ist ein komplettes Konzept. Und es ist Teil einer Verschwörung, die dich denken lässt, dass du irgendwie anders wärst als jemand, der schon erleuchtet ist. Das bist du schon. Es gibt nichts, was du noch holen müsstest. Aber was passiert ist, dass du immer wieder wiederholst, was deine Erfahrungen sind und deine Gedanken und deine Gefühle. Und dann urteilst du innerlich, dass es irgendwie besser sein müsste. Also eine interne Vergleich, dass irgendjemand anders was hat, was du nicht hast. Und das produziert Leid. Und der einzige Unterschied ist, dass es geglaubt wird. Es ist einfach noch eine Glaubenssache. Dieselben Urteile, dieselben Vergleiche, die passieren uns allen. Aber von hier werden diese Sachen nicht als wichtig wahrgenommen. Man sieht einfach durch. Man schaut durch. Es ist so einfach, dass es unmöglich ist, es zu beschreiben. Oh, sorry. Ich finde das sehr berührend, die Geschichte, die von dir erzählt hast. Ich finde das sehr berührend, die Geschichte, die von dir erzählt hast. Und wie dein Bewusstsein sich dann geändert hat. Aber mich interessiert... Und wie dein Bewusstsein sich dann geändert hat. Aber mich interessiert... Und wie dein Bewusstsein sich dann geändert hat. Aber mich interessiert... Aber was möchte ich wissen... Bist du danach, als der Prozess der Heilung auch den Körper eingetreten, oder ist das vorher gewesen, oder war das gleichzeitig? The process of healing your body, did that happen afterwards or did it happen at the same time or did it happen beforehand? Well, let me take the question in a couple of parts. Also, diese Frage nehme ich in mehrere Teile. First, nothing changed. Zum einen, es hat sich nichts verändert. There was no consciousness that I had before that then I had something different after. Also, es war kein Bewusstsein oder kein Gefühl, Erlebnis, dass ich vorher irgendwas hatte, was ich nachher nicht hatte oder zusätzlich hatte. Es war einfach nur eine Erkennung von irgendetwas, was schon immer wahr gewesen ist. Dass es wirklich nie jemand gegeben hatte, der diese Erfahrung haben konnte. Es gab nie einen Rick, der vorher gelitten hat. Oder einen Rick, der scheinbar nicht gelitten hatte nachdem. Das mit dem Heilen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das auch, dass ich zeitweise das Gefühl habe, dass ich an diesem, ich sag mal Bewusstsein, wie du es nennst, dass ich da drinnen bin, dass ich in einem anderen Bewusstseinszustand bin. Und dann kann es sein, dass ich keine Schmerzen habe oder dass es mir gut geht oder wie soll ich es ausdrücken. Und dann kann es sein, dass ich keine Schmerzen habe oder dass es mir gut geht oder wie soll ich es ausdrücken. Und dann wechselt es wieder und dann bin ich wieder im Leiden oder Schmerzen. Und dann ändert es, und dann bin ich wieder krank. So ist meine Sehnsucht natürlich. Ich möchte mehr in dieses Bewusstsein kommen. So my longing is, I'd like to become, I'd like to get more into this type of consciousness. Also es gibt kein Bewusstsein, in dem du reinkommen kannst. Also in die Geschichte gibt es immer Zeiten, wo es dem Charakter gut geht und Zeiten, wo es dem Charakter in der Geschichte miserabel geht. Wenn du diese Geschichte durchschaust, dann ist der Charakter immer noch manchmal gut drauf und manchmal schlecht drauf. Aber es gibt nicht mehr das Glauben, dass es überhaupt ein Individuum gab, dem es passieren konnte, dem es geschehen konnte. Die Sehnsucht kommt aus dem Glauben heraus, dass es jemanden gibt, der Veränderung wahrnehmen kann oder erleben kann. Wenn es die Erkenntnis gibt, dass es nie jemanden gab, der irgendwas verändern sollte oder müsste, dann hört diese Sehnsucht auch auf. Also ich kann das nachvollziehen und ich kann das glauben, aber es ist so, dass meine Körperzellen das nicht glauben. Dieses Bewusstsein ist nicht in meinem Körper, nur in meinen Gedanken. Dieses Wissen ist jenseits des Körpers und jenseits des Minds. Der Körper und der Mind sind immer noch in der Geschichte. Diese Geschichte präsentiert sich wie Billionen verschiedener Körper und Minds. Und es scheint, dass mit diesem Glauben, scheint es real zu sein. Es gibt immer eine Sehnsucht. Es gibt immer das Gefühl, dass das Leben irgendwie besser sein sollte. Also für uns spirituelle Menschen ist es in dem Fall halt Erleuchtung. Für Fußballbegeisterte kann es sein, dass das Nonplusultra ist, dass Manchester United gewinnt. Aber es kann immer besser sein. Wenn es eine Erkenntnis gibt und du durch die Geschichten durchschaust, dann kannst du immer noch Spaß dran haben, ein Fußballspiel anzuschauen. Aber es ist niemand mehr da, der Sehnsucht haben kann. Es ist eine Erkenntnis, dass alles perfekt ist, so wie es ist. Und woher wissen wir, dass es perfekt ist, so wie es im Moment ist? Weil es einfach so ist. Das ist alles, was es gibt. Es gibt nichts, was sich verändern muss. Und am wichtigsten ist, es gibt auch niemand, den es verändern könnte. Aber wenn ich Schmerzen habe, möchte ich das schon ganz gerne. Auch im Moment. Also vom Standpunkt des individuellen Geistes ausgesehen. Natürlich willst du das verändern. Also dieser Gedanken und dieser Rick-Charakter. Still, my heart goes out to people who are in pain. Also mein Herz öffnet sich für Menschen, die Schmerzen erleben. Also zu den Menschen, die glauben, dass sie ein Individuum sind in ihrem Leid. Das verändert sich nicht. Aber es wird durchschaut. Die Perfektion jenseits davon wird auch gesehen. Und es gibt nur diesen Perfektionismus in diesem Moment. Oder diese Perfektion. You still have questions. Hast du noch Fragen? Wahrscheinlich jede Menge. Aber es hilft mir jetzt nicht, daraus Fragen zu stellen. Es ist einfach... I probably have a whole lot of questions, but it doesn't help me very much to ask one thousand questions. Exactly. Exactly. Genau. The one who's asking questions Wer auch immer die Fragen fragt is the one that's creating the misery. ist derjenige oder diejenige, die die Misere kreiert. Aber das ist nicht, wer du bist. Aber das ist nicht, wer du bist. Du bist jenseits dieser Fragen. Ja, ich weiß das. Yes, I know. But still. Trotzdem, trotzdem, trotzdem ist auch das andere noch da. Mein Körper, meine Schmerzen, was weiß ich, dass ich da? Aber still, 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 still. Everything else is still there. My body, my pain, it's all there in this moment. Absolutely. Absolutely. Yeah, absolutely. See, that's the, that's the, uh, the fraud of Quotes Enlightenment. Das, das ist eigentlich, äh, jetzt fehlt mir ein Wort. Betrug? Betrug, das ist der Betrug für, äh, die Erleuchtung. There's this, uh, promise, unspoken promise that everything is gonna be perfect. Also, es gibt diese unausgesprochenes Versprechen, dass alles einfach perfekt sein würde. The stories don't change. Die Geschichten verändern sich nicht. I still make mistakes in business and have troubles. Ich mach immer noch Fehler in mein Geschäft und hab irgendwelche Schwierigkeiten. Family members still get ill. Meine Familie wird immer noch krank. Um, maybe I'll, I'll get ill. Vielleicht werde ich auch krank. I'm sure that one day I will die. Ich bin mir sicher, dass eines Tages, dass ich sterben werde. This character is no different than any other character in the story. It's just no longer a belief that, that this character is who I really am. And that somehow softens the pain. And that somehow, uh, mildert das, den Schmerz. But there's nothing that you, that your character can do to change that. Aber es gibt nichts, was dein Charakter tun kann oder dein Wesen tun kann, um das zu ändern. Characters in the story only seem to have an impact on the story. Die Charakteren in einer Geschichte scheinen nur einen Einfluss auf die Geschichte zu haben. I mean, doesn't it feel like you're on this continual wheel? Fühlt sich's nicht an, als ob ihr irgendwie auf so ein ewiges Rad drauf währt? One day you work and get things better. Einen Tag arbeitest du und es wird ein bisschen besser. And then the next day things get worse. You have to work harder and try to get them better and then they get worse and better. Und am nächsten Tag wird's vielleicht wieder ein bisschen schlechter und dann wirst du mich wieder anstrengen und dann wird's wieder besser und am nächsten Tag wieder schlechter und immer so weiter. This knowing sees through that wheel of life. Das Wissen sieht durch dieses Rad des Lebens durch. And sees it as okay. Und sieht, dass es okay ist. Nothing really changes in the story. Also es verändert sich wirklich nichts in der Geschichte. The sum is up, some things are down. Manches ist oben drauf, manches ist unten. Then some things are down and other things are up. Und dann verändert sich's wieder. It's just a story. Es ist nur eine Geschichte. Und du glaubst dann nicht an Bewusstseitsentwicklung, wie es immer so schön heißt? And you don't believe in Consciousness Development? Es ist niemand da, der das Bewusstsein entwickeln kann. Und das Bewusstsein, von dem ich spreche, ist alles, was es gibt und es ist perfekt. Und es gibt keine Zeit, in dem du das entwickeln könntest. Es geschieht einfach jetzt. Diese Gedanken von Entwicklung oder die Ideen von der Zeit. Und Ideen, dass es irgendwas zu tun gibt oder irgendwas, was wir perfektionieren können. Sie geschehen alle innerhalb dem, dem du wirklich bist. Is the body also Consciousness? Everything is Consciousness. Alles ist Bewusstsein. Die erste Hälfte, bitte. What does it mean, nothing is ever really born and nothing ever really dies? Nothing has free will. And nothing has a purpose. Nothing ever really happened. We're just here. That's exactly what I'm talking about. Maybe you can come up here and sit. Vielleicht kannst du hier vorne kommen und sitzen. Ich wollte mich noch fragen, ob diese Präsenz, die hinter der Persönlichkeit ist, ob die behind immer da ist, diese Stille, dieser Frieden, was du wolltest. Is the presence that you feel behind the character, is that always with you? Or do you always feel that peace? That presence is not being experienced or felt. Diese Präsenz wird nicht erfahren oder gespürt. That presence is who you are. Diese Präsenz ist wer du bist. It's just another name for that or consciousness. Es ist einfach ein anderes Wort für das oder für Bewusstsein. Or Source. Oder Ursprung. This concept that there is an experience or feeling of presence is just a concept. Also, die Idee, dass es ein Gefühl gibt von Gegenwärtigkeit, ist auch einfach nur eine Idee. Everything we've spoken about today. Alles, worüber wir bisher besprochen haben. Präsenz, knowing, source, consciousness. Präsenz, Wissen, Quelle, Bewusstsein. That's all there is. Das ist alles, was es gibt. That's never something that you can experience as an individual. Das ist nie irgendwas, was du als Individuum erfahren kannst. That's who you are. Das ist wer du bist. And everything, everything that seems to be happening. Und alles, was scheint dir zu geschehen oder scheint zu geschehen, happens within that presence. Geschieht innerhalb dieser Präsenz. That presence never changes. Und diese Präsenz oder Bewusstsein oder Anwesenheit, das verändert sich nie. It's beyond time. Es ist jenseits der Zeit. Birth and death are within time, within the story and presence. Geburt und Tod sind innerhalb dieser Präsenz, innerhalb dieser Geschichte, die abläuft. All the apparent turmoil in this story is happening within presence. Alles scheinbare an Unruhe oder Umbruch geschieht innerhalb dieser Geschichte. Präsenz never changes. Präsenz verändert sich nie. And yet it presents itself, it shows itself as this rapidly changing everything. Und doch zeigt es sich als eine schnelle Veränderung von Alles Mögliche. So in truth, nothing ever happened. Also in Wahrheit passiert nie irgendwas. Ist das ein Sehnsuch, das ich mich nicht erklären kann? But I have a longing that I can't describe. That I can't... Also, die ist nicht gezogen auf wo das dir geschätzt, aber die kann ja nicht erklären, woher es kommt und es ist ein ganzes Leben schon da. It's not pertaining to something here on earth. I can't explain it. It's just there, all my life. That's, that longing is the essence of the individual looking to come home. Diese Sehnsucht ist die Essenz des Individuums, der nach Hause kommen will. There's no longing without the sense of being someone to long. Also es gibt keine Sehnsucht ohne das Gefühl oder das Sinn dafür, dass es jemand gibt, der das erleben kann. Und dieser jemand braucht irgendetwas, wonach er sich sehnen kann. Und das ist die Trennung. Und das ist die Sehnsucht. Aber du, wer du wirklich bist. Die Präsenz. Diese Sehnsucht geschieht innerhalb von dir. Ich finde es erstaunlich, dass du in diesem Bewusstsein so hier sitzen kannst. I find it fascinating that you can sit here with this consciousness. Wenn ich in diesem Bewusstsein weile, habe ich schon Schwierigkeiten überhaupt aufs Klo zu gehen. Meine Frage ist, ob es eine Weile gedauert hat, sondern ein Anpassungsprozess. Also in der Geschichte von diesem Rick-Charakter hat er sehr viele Anpassungsmöglichkeiten gehabt. Also deine Frage beantworte ich in zwei Teile. Eins. Ein Teil der Geschichte. Und der andere Teil ist außerhalb der Geschichte. Also innerhalb der Geschichte hat dieser Rick-Charakter ein Erlebnis gehabt, was ihn absolut umgehauen hat. Und er hat wahrscheinlich zweieinhalb Jahre verbracht, acht Stunden am Tag in einem Stuhl zu sitzen. Und meine Frau musste reinkommen und mich wachrütteln oder schütteln, dass ich überhaupt wieder was esse. Sonst wäre ich ungefähr auf Kleinfingergröße abgemagert. Und es gab Tage und Tage von totaler Glückseligkeit. Und es gab auch Tage von absoluter Angst und Misere. Also die Angst und Misere scheint verbunden zu sein mit Widerstand. Zusammenfassend kann ich sagen, es ist nur ich, ich bin allein. Und dann, oh je, es ist nur ich, ich bin allein. Manche haben vielleicht schon mal gehört, wie ich die Geschichte beschreibe von Joe, der in den Abgrund ohne Ende fällt. Also vor dieser Erfahrung habe ich einen Cartoon gesehen, viele, viele Jahre vorher. Und der Cartoon hatte zwei Bilder. Und ein Bild hieß, Joe fällt in einen Abgrund. Und du siehst diese Geschichte von diesem armen Kerl, der total schnell fällt und er ist absolut verängstigt und Terror und erschreckt. Seine ganze Gesicht ist verkrampft und sein Körper ist ganz, ganz verkrampft. Und das zweite Bild, da steht auch drunter, Joe fällt in einen Abgrund. Aber das steht dann drei Wochen später. Und Joe lehnt sich zurück und lässt es sich gut gehen. Und das ist so ein bisschen worüber ich rede. Also nach und nach gab es eine Erkenntnis, dass es okay ist. Also es gibt keinen Grund, also nichts wird passieren, also kein Untergrund. Und es war eine Erleichterung. Und nach und nach, nach jeder Höhe und Tiefen, wurden dann gleichmäßig. Und die zweite Antwort zu deiner Frage außerhalb der Geschichte. Es gibt niemand in irgendeinem Zustand. Der Körper und der Geist, die funktionieren so, wie sie immer funktioniert haben. Dieser Körper steht jeden Morgen immer noch auf, muss sich immer noch rasieren, muss sich immer noch waschen. Geht immer noch zur Arbeit. Geht immer noch zur Arbeit. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause. Es ist immer dasselbe. Es ist nur eine Art Durchschauen jenseits davon. Und es gibt auch schon einen Frieden, der da ist. In dem dies alles geschieht. Aber es ist wirklich nichts Besonderes. Danke für den Cartoon. Ich heiße wirklich Joe. Danke für den Cartoon. Mein Name ist Joe. Oh. Hi. I get all this. And I ask myself, wenn there is no purpose at all, why there is anything in consciousness at all, why there are stories. What good is that for? Also ich frage mich, ich verstehe das alles, aber wenn das so ist, warum gibt es dann überhaupt die Geschichten? Für was soll das gut sein? There is no answer to the why question. Es gibt keine Antwort zu der Warum-Frage. What happens is, you don't get any answers. Was passiert ist, dass du einfach keine Antwort kriegst. But just all the questions dry up. Aber alle Fragen vertrocknen. They dry up because there is a knowing that it just doesn't matter. There is a deep trust in the perfection of all. And with that trust, there is a, okay, I don't know and I never will know. Okay, und mit diesem Vertrauen gibst du das Gefühl, okay, ich weiß es nicht und ich werde es auch nie wissen. Is there a choice for separation or is there no choice? Gibt es eine Wahl für diese Trennung oder gibt es keine Wahl? In this world of appearance, in this play, there always seems like there are individuals choosing. Also in dieser Welt des Scheins, also in dieses Schauspiel, was geschieht, scheint es, als ob es immer Individuen gibt, die Wahlmöglichkeit haben. But there is a knowing beyond the play that there are no individuals. Aber es gibt ein Wissen jenseits dieses Schauspiels, dass es keine individuellen Menschen gibt. So who can choose? Also wer kann jetzt wählen? Das Bewusstsein. Das Bewusstsein. Consciousness chooses, Consciousness just is. Consciousness wählt nicht, Bewusstsein ist einfach. The concept of choice requires a concept of time. There is a choice because you want to do something to change the future. Also es gibt eine Wahlmöglichkeit, weil du die Zukunft verändern möchtest. Or you're dissatisfied with the past. Oder du bist mit der Vergangenheit unzufrieden. And it's always implied in that someone to choose. Und es wird immer darin impliziert, dass es jemand gibt, der wählen kann. Und es wird dadurch auch impliziert, dass es jemand außerhalb von diesem jemand, der wählt, der diese Wahlmöglichkeit auch spüren würde. Much too complicated. Also das ist viel zu kompliziert. It's excruciatingly simple. Es ist absolut einfach. It's all Consciousness just is. Bewusstsein ist. There's no choosing. Es gibt keine Wahlmöglichkeit. There's no future, no past. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. There's nothing to improve. Es gibt nichts, was man verbessern müsste. Nothing to change. Nichts, was man verändern müsste. Just absolute perfection in that. Nur absolute Perfektion in that. Yes. You said you struggled a lot before. Sorry, I have a cold. What happened of that? Are you still lifting weights? Are you still catching it? Are you not conscious of, oh, now there's Rick struggling and you just, I had the idea, it would just like kind of wash through, but you're not really doing that a lot anymore. Du hast erzählt, dass du dich manchmal abstrampeln musstest. Und erlebst du das immer manchmal noch, dass du dich abstrampeln musst für irgendwas? Kämpfen so. Ja, so. Verzeibtes Kämpfen, um sich zu verbessern. You still have to fight to improve something? Yeah. To the external observer, if there was such a thing. Also zum Beobachter außerhalb, wenn es so was geben würde. Es sieht immer noch aus, als ob man sich anstrengen müsste. Aber es fühlt sich nicht anstrengend an. Also ich treib immer noch Sport. Also es sieht zwar immer noch aus, als ob ich mir einen abstrampel. Aber es passiert einfach nur. Es sieht vielleicht aus, als ob die Arbeit schwer ist. Aber es gibt keine Geschichte dazu. Es geschieht einfach nur. Less suffering. Also viel, viel weniger Leid. Ich sage, es wird durchschaut. Und das ist irgendwie verbunden mit erkennen oder wahrnehmen. Ja. Und steht da nicht dann doch etwas dahinter, was eine Art Individualisierung bedeutet. Also ein Stand und... Es ist sehr, sehr schwer etwas zu beschreiben, was eigentlich nicht beschrieben werden kann. Es wird durchschaut von niemand besonders oder niemand Spezielles. Ein anderes Wort dafür wäre einfach Wissen. Aber es gibt niemand, der wissen kann und nichts, was man wissen kann. Es ist einfach nur ein Wort. Es ist einfach nur ein Wort. Without a subject or object. Also ein Wort ohne Objekt oder Subjekt. Das ist das Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber es ist kein Problem. Aber es ist kein Problem. Das ist das Gefühl, dass es ein Individuum gibt. oder der Glaube daran, dass es ein Individuum gibt. Das scheint es zu einem Problem zu machen. Der das scheinbar zu einem Problem werden lässt. Ja, es gibt ja offensichtlich jemand, der das verbalisiert. Das sieht es gerade davon. Aber es gibt natürlich jemanden, der es verbalisiert kann. Und er sitzt direkt hier. Das gleiche jemanden, der mir als ich sicher bin, dass er dir. Also dieser jemand sieht für mich auch so aus, wie es wahrscheinlich für dich aussieht. In dieser Geschichte gibt es Augen, die sich gegenseitig sehen können. Ohren, die hören können. Gedanken, die gedacht werden. Und doch gibt es irgendwas jenseits der Geschichte. Einen Wissen jenseits dieser Geschichte. Dass das nicht alles ist, wie es scheint. Das wird nie verschwinden. Also ein Teil der Verschwörung, die Leute denken lässt, dass sie eigentlich nicht wirklich da sind. ist der Gedanke, dass der Individuum verschwindet. Und plötzlich der Raum löst sich auf. Und das Bewusstsein erweitert sich. Das sind alles Erfahrungen, die Individuen erleben können. Innerhalb dieser Geschichte. Aber worüber wir reden, ist jenseits der Geschichte. Es gibt viele wunderbare und mystische Erfahrungen, die innerhalb der Geschichte erlebt werden können. Und sie geschehen bei Leuten, die vielleicht stundenlang endlos meditiert haben. Und sie geschehen auch. Leute, die vielleicht zu wenig Schlaf haben, erleben das auch. Und manchmal passieren sie einfach so. Aber diese sind Erfahrungen, die von Individuen erfahren werden, die innerhalb der Geschichte sind. Und worüber wir reden hier, ist jenseits der Geschichte. Es ist das Wissen, dass das alles einfach eine Geschichte ist. Und innerhalb dieser Geschichte ist es natürlich sehr verleitend zu glauben, dass es Individuen gibt, die versuchen, irgendwas sehr, sehr Kostbares zu erlangen. Aber in dem Moment verschwindet die Geschichte. Es wird nicht mehr geglaubt, dass es ein Individuum gibt, der überhaupt irgendwas noch erreichen könnte. Und dieses Sinn oder Gefühl oder der Glauben, dass es ein Individuum gibt, der irgendwas bekommen oder erlangen könnte, das verschwindet und hinterlässt nur Frieden. Und das ist der Frieden der Gegenwart. Der Frieden dem, den du bist. Und du bist es schon immer gewesen. Beyond the story. Without birth or death. Ohne Geburt oder Tod. Without time. Ohne Zeit. Nothing really ever happened. Nichts geschieht wirklich. Aber es ist doch so, dass ich etwas wahrnehme, was du nicht wahrnimmst. Und das kommt ja auch in meinem Bewusstsein an. Und das kommt in meine Meinung, in meine Bewusstsein. Also gibt es nicht irgendeine, auch auf der Bewusstseinsebene, irgendeine Form von... Ist es nicht so, dass Bewusstsein immer existiert und wir da einfach nur reinmaterialisieren und wieder rausmachen? Oder ist es, dass Bewusstsein immer existiert und wir einfach nur in und ausmaterialisieren? Und macht das Sinn oder ist das ein Spiel? Und das macht alles Sinn? Oder ist es nur ein Spiel? Es klingt viel zu kompliziert. Also das hört sich viel zu kompliziert an. Also innerhalb dieser Präsenz oder Bewusstsein, also wir müssen jetzt feststellen, dass wir dieses Wort, diesen Begriff auf derselben Art und Weise verwenden. Wenn wir Bewusstsein benutzen, um die Präsenz, die Gegenwart, das gegenwärtige Sein zu beschreiben, dann ist das alles, was es gibt. Das beinhaltet alle Erfahrungen. Also es gibt nicht dein Bewusstsein oder mein Bewusstsein. Und Individuen innerhalb dieser Geschichte haben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also ich kann dir sagen, dass dieser Rick-Charakter früher ganz schön neidisch drauf war, auf Menschen, die absolut unvorstellbare Erlebnisse hatten. Der Rick-Charakter hat Geschichten gelesen über Menschen, die so viel Glückseligkeit erfahren haben, dass man sie rumtragen musste. Und der Rick-Charakter hat früher gesagt, warum kann ich das nicht auch haben? Und jetzt gibt es ein Erkenntnis, dass das okay ist. Also es gibt wirklich nichts an dieser Erfahrungen, die dich in irgendeiner Weise näher bringt über das, worüber wir heute reden. Diese Erfahrungen, wenn man sie betrachtet als Erfahrungen, die einen jemand hat, meistens leidet dann dieser jemand mehr darunter. Weil es dann das Gefühl gibt, dass man sich anstrengen muss, um das wieder zu erlangen. oder um das zu erhalten. Was wir hier worüber reden, ist jenseits das. Nichts wirklich wird sich verändern. Aber heißt das, dass dieses Bewusstsein ewig ist? Dass es schon immer da war und wir einfach nur rein inkarnieren? Does that mean that this consciousness is just there forever and ever after and we just incarnate into it? Consciousness is all there is. Bewusstsein is all there is. And even the concept of forever and forever after is within that consciousness. Und auch der Gedanke von Ewigkeit ist innerhalb dieses Bewusstseins. Und die Idee, dass es Individuen gibt, die in dieses Bewusstsein hinein inkarnieren und wieder exkarnieren, das ist auch nur eine Idee innerhalb dieses Bewusstseins. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, genau. Ja, genau. Would you say, is it the same as God or is there a difference for you? Ist es dasselbe wie Gott oder gibt es einen Unterschied für dich? Gott, consciousness, just other words, you know, for the same thing. Also, Gottbewusstsein is einfach ein anderes Wort für dasselbe. I don't use the term God because it's mostly conceptualized as something other than you. Also, ich benutze das Wort Gott nicht, weil meistens begreift man Gott als irgendwas, was jenseits von dir ist. Oh, wait a minute, wait. I'm excommunicated. Oh, jetzt bin ich excommuniziert worden. Ich habe das Konzept, dass es nur Bewusstsein oder Bewusstsein gibt. Das ist alles, was es ist. Wenn du nicht die Frage stellen kannst, warum es etwas gibt, dann würde ich die Frage stellen, warum es gibt, wenn es gibt, warum es gibt, warum es gibt, warum es gibt, warum es nicht nur positive, wie es gibt, wie es gibt, warum es gibt, warum es gibt, warum es gibt, also wenn es jetzt nur Geschichten sind, die wir hier leben, warum gibt es dann unangenehme oder negative oder Hüllengeschichten, die wir erleben, warum gibt es nicht einfach nur Positives? That question is only a question that the mind can ask. In essence, all questions come from the mind. But this is a particularly mind question, because it's the question, why can't things be better? Aber diese Frage ganz besonders, weil eigentlich ist es die Frage, warum können Sachen nicht besser sein? Then the other question that he just asked was, why is there suffering? Und die andere Frage, die er gerade gefragt hat, ist, warum gibt es dann Leid? Which is basically the same question. Was eigentlich dieselbe Frage ist. Es gibt keine Art oder Möglichkeit, das zu beantworten. Except by saying that the one that's asking the question has to disappear before it's understood. Außer, dass man sagen kann, derjenige, der die Frage stellt, muss erst verschwinden, bevor das überhaupt verstanden werden kann. Der Mind wird immer, immer wollen, dass Sachen anders sind. Und alle Fragen kommen aus dem Mind. Und da ist nichts verkehrt dran. Der Mind ist auch innerhalb des Bewusstseins. Und wenn irgendwas anders sein sollte, dann wäre es so. Buddha war ein erleuchtetes Wesen und sein Grundsatz war, dass es Leid gibt. How do we know, first of all, that there's no enlightened being? Also, zuallererst, es gibt kein erleuchtetes Wesen. The concept of a being and an enlightenment, as I understand it, are mutually exclusive. Die Idee, dass es eine Erleuchtung gibt oder ein erleuchtetes Wesen, das schallt sich selber aus. No one gets enlightened. Kein jemand wird erleuchtet. Enlightenment is the recognition, that there's no one to get enlightened. Erleuchtung ist die Erkenntnis, dass es niemand gibt, der erleuchtet werden kann. Das einzige, was wir sagen können, ist, dass Buddha existiert jetzt in unserem Gespräch als eine Idee, über die wir vielleicht gelesen haben oder an die wir uns erinnern. Oder als jemand, der existiert in einer konstruierten Vergangenheit, das aber auch wiederum eine Erinnerung ist. Was wiederum jetzt geschieht. Also, alle diese Gedanken und Erinnerungen geschehen jetzt. Now I'm in trouble, not only with the Catholic Church, I'm in trouble with the Buddhists. Und jetzt bin ich nicht nur mit den Katholiken in Schwierigkeiten gekommen, sondern mit den Buddhisten auch. Gibt es dann kein Leid? Natürlich gibt es Leid. In dieser Welt des Scheins gibt es massiven Leid. Also, warum produziert das Bewusstsein diese Welt? Und die Antwort dazu ist, ich weiß es nicht. Und es ist auch etwas, was wir nicht wissen können und was wir nicht verantworten können. Es ist nur ein Aspekt von diesem Mysterium. Aber was geschieht, wenn diese Scheinwelt durchgeschaut wird? Gibt es nicht mehr jemanden, der diese Frage stellt. Also gibt es nicht mehr die Not, eine Antwort zu bekommen. Nadine hat früher gesagt, wenn jeder erleuchtet wäre, wäre es ja irgendwie eine ziemlich langweilige Welt. Und hier vorne gibt es jemand, die zustimmt. Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die Welt so aussieht, wie es aussieht. Aber was ich sagen kann, ist, dass es kein Unwohlsein gibt mit dieser Mysterie. Es ist nur Hingabe zu dieser Perfektion. Gibt es irgendwas, was wir tun können, um uns zu helfen, durch diese Idee zu schauen, dass es jemand gibt? Kein Glück. Kein Glück. Es gibt viel zu tun, aber es gibt niemand, der es tun kann. Also die Individuen, manche werden meditieren, andere werden andere Sachen machen. Aber nicht, weil der individuelle Mensch wählt, dies zu machen. Das ist einfach nur, wie die Geschichte geschrieben ist. Und wenn in der Geschichte dieser Mensch oder dieser Individuum soll erwachen, dann wird das auch geschehen. Aber es gibt niemand, der dies wählen kann oder niemand, der dies geschehen lassen kann. Wie Nadine sagt, es gibt gute Nachrichten und es gibt schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass es nichts gibt, was du tun kannst, damit du das geschehen lassen kannst. Die gute Nachricht ist, es gibt nichts, was du tun musst, um das geschehen zu lassen. Was mich interessiert ist, was ist mit der Liebe, was ist mit deinem Herzen? Fühlst du das noch? Oder kannst du das jetzt nicht mehr fühlen, weil du nicht mehr Rick bist? Also es gibt keinen Rick mehr, der das spüren kann, aber es gibt nur Liebe. Aber wie kannst du fühlen, dass es Liebe gibt? Das ist, was diese Gegenwart ist. Diese Präsenz, dieses Bewusstsein ist reine Liebe. Aber es gibt niemanden, der dies fühlt. Deshalb fühlt sich das für mich sehr kühl alles an. Das ist, warum es so kühl für mich ist. So kühl, du bist diese Liebe. Ja, aber ich fühle das nicht, wenn ich jetzt hier diese ganzen Diskussionen über das Bewusstsein höre. Aber ich fühle das nicht, wenn ich all diese Diskussionen über diese Bewusstsein höre. Die Idee von kühl zu sein. Es gibt ein Konzept, das der Mind hat. Also diese Gedanke oder es gibt ein Konzept, der der Mind hat. Also, dass es kühl ist. Dieses Bewusstsein, diese Präsenz ist gut in einer absoluten Art und Weise. Aber es ist nicht ein menschliches Gut. Oder ein Gut, was auf dem Mind basiert. Diese Liebe durchdringt alles im Universum. Das ist, wer du bist. Reine absolute Liebe. Totale Annehmen davon. Also eine liebevolle Umarmung von alles, was ist. Und auch diese verrückte Welt mit den seltsamen Dingen, die darin geschieht. Ich möchte nochmal fragen, zu der Frage, ob man etwas tun kann. Vielleicht ist das so eine Frage wieder mit zwei Kapiteln. Bei dem, was du am Anfang über Rick erzählt hast, sehe ich interessanterweise sowas wie ein Muster. Was ich schon ganz oft bei anderen Leuten gelesen habe und auch an mir selber kenne. I see a pattern that I've read about other people often and what I also know from myself. Also du hast dich angestrengt, richtig angestrengt. You worked hard. Ist dann zusammengebrochen und hast aufgegeben. You fell apart and gave up. Könnte man sagen, das ist das, was man tun kann. Das ist das. Could you say, that's what you have to do? Oh mein Gott. Wenn es jemand geben würde, der diese Wahl wählen kann. Ist es möglich, ja, du hast recht. Das ist ein ziemlich gleich, also ein Thema, der sich wiederholt in dieser Geschichte. Aber es gibt auch Geschichten von Menschen, die jahrelang vielleicht Alkoholiker waren und eines Tages wachen sie morgens auf und sind plötzlich erleuchtet. Also außer wenn du zum Beispiel sagen, dass diese Menschen jetzt jahrelang schwere Arbeit mit dem Trinken gemacht haben. Aber ich kann dir sagen, solche Erfahrungen innerhalb der Geschichte wirst du mit dem Weitstab nicht berühren möchten. Aber es gibt auch andere Geschichten, die geschehen. Manche sind auch ganz still und ruhig und spontan. Ohne irgendwelchen Leid. Es ist ein Mysterium, wirklich es ist. Es gibt ja diesen Satz, es ist durchs Suchen nicht zu finden und dennoch finden nur die Sucher. Okay, there is a saying that you can't find it by looking for it, but only those who look for it will find it. Could you, could you sign that, could you underline that? Yeah, I don't think that's true. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. I think, I think it seems to happen to people who are not particularly looking for it too. Also, ich meine, es scheint den Menschen zu geschehen, die auch nicht unbedingt danach suchen. And that seems to make sense, because there is no one looking anyway. Und das macht irgendwie Sinn, weil letztendlich gibt es niemand, der danach suchen kann. See, you know, these stories are so varied and so amazingly varied that any story can happen, any story can be true. Also, diese Geschichten sind so wunderbar unterschiedlich und vielzählig, dass eigentlich so vieles geschehen kann. I think we're gonna have to hold up. I think we're gonna have to stop. Also, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. We have an hour, right? That's it? Wir haben nur ne Stunde. 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 13.15 Uhr. Oh, 13.15 Uhr. Okay, we got some time. Okay, wir haben eine Stunde. Okay, wir haben eine Stunde. Yes? Es ist nicht so, dass dieses Bewusstsein wieder nach sich selbst sucht und uns vielleicht deswegen der her führt. Is it maybe that the consciousness is looking for itself and that's why we're brought here? There's no why. Es gibt kein Warum. You know, it's the mind and the individual who seems to need a purpose, to find a purpose. Also, es ist der Mind und der Individuum, der ein Ziel zu brauchen scheint. When the, when the belief in the individual disappears, Wenn das Glauben an das Individuum verschwindet, There's such complete acceptance and loving what is. Gibt es eine komplette Annahme und Lieben von das, was ist. That the idea of a purpose is not necessary anymore. Dass der Gedanke von einem Ziel nicht mehr notwendig ist. The idea of a purpose is the concept of someone going somewhere to make something better. Also, der Gedanke an ein Ziel ist der Konzept, dass es jemand gibt, der irgendwas macht oder wohin geht, um irgendwas besser zu machen. So, this perfection is just unfolding without any purpose. Und diese Perfektion entfaltet sich einfach ohne jegliches Ziel oder Grund. Or at least no purpose that we could ever understand with the mind. Oder zumindest kein Grund oder Ziel, dass wir mit unseren menschlichen Mind verstehen können. Irgendwas, was wir noch machen können. But you have to be able to do something. That, that idea that you have to be able to do something. Also, dieser Gedanke, dass man irgendwas machen sollte. Is a very precious illusion. Is a very precious illusion. It is, it is the most difficult It is, it is the most difficult It is absolutely das schwierigste Concept to give up. Der schwierigste Konzept oder Idee, das man aufgeben muss, oder kann. The idea that there's absolutely nothing to do Der Gedanke, dass es absolut nichts gibt zu tun and no one to do it is terrifying macht absolute Angst to the one who believes that there is an individual zu demjenigen, der glaubt, dass es ein Individuum gibt But absolute freedom to who you really are Aber es ist absolute Freiheit für dem du wirklich bist That is who you really are Nothing to do No one to do anything and nothing to do Niemand, der irgendwas machen kann und nichts zu tun It's Joe falling into a bottomless pit It's Joe, der in einen Abgrund fällt And yet everything that needs to get done, gets done Aber trotzdem, alles, was erledigt werden muss, wird erledigt Durch Joe Through Joe Who's Joe? What? Where's Joe? Where's Joe? There's Joe What needs to get done, gets done Yeah, by Joe Oh, by Joe, no, no, by nobody Durch Niemand Und wie soll dann Gesellschaft existieren? And how can our society exist? It seems to exist pretty well Also, es scheint zu existieren Ja, jetzt noch Weil wir alle noch in der Welt sind But it seems to exist now Yeah, you know, it's really interesting Also, es ist sehr interessant This world of appearance goes on and on Diese Welt des Scheins geht immer weiter And in this play, this world of appearance there are individuals who seem to be motivated to do things Und innerhalb dieses Welt des Scheins oder diese Geschichte, die wir spielen scheint es Individuen zu geben, die sehr motiviert sind, irgendwas zu tun To do good deeds Also, die vielleicht gute Taten tun wollen To keep society going on Damit die Gesellschaft einfach immer weiter existieren kann And there are other individuals who seem not to care Und es gibt andere Individuen, denen macht nichts aus, denen ist es egal And seem to be parasites on society Und die scheinen Parasiten zu sein And everybody is fighting with everybody else Und jeder kämpft irgendwie miteinander And complaining that they are not doing anything Und sie beklagen sich, dass der eine nichts tut And yet it all goes on Und trotzdem geschieht es immer weiter And it probably will continue to go on until it doesn't Und wahrscheinlich wird es immer weiter geschehen, bis es dann nicht mehr geschieht In the back I've been brought up in the tradition of thinking that it's helpful to be around a spiritual teacher And you get it sometimes by the good vibes Und dann gibt es so wie eine Übertragung durch die, die gute, good vibes, die dann ausgestrahlt werden If that's the way it's supposed to be, it's supposed to happen in the story, that's the way it'll happen Also wenn das in der Geschichte so geschehen soll, dann wird das auch so geschehen Und wie das war bei Nadine, er war im Gefängnis und er hat ein Buch gelesen von Ramesh Balsakar Und er weiß nicht, ob es jetzt die gute Ausstrahlung von Ramesh war Oder die schlechte Ausstrahlung von den anderen Häftlingen Haben wir überhaupt keine Wahl? You mean, we don't have a choice? No, we don't have a choice Nein, wir haben keine Wahl Und es gibt keine Möglichkeit, eine Wahl zu haben? Es ist doch easy Es ist doch easy Es ist doch easy Es ist easy, das ist es Für Jahre habe ich das Gefühl nicht ausgelöst, aber nein, ich bin trotzdem noch da wie es möglich Für Jahre habe ich das Gefühl, dass ich dissolving, aber trotzdem bin ich hier Wie kann das möglich sein? Und ich fühle das in meinem Körper Ich weiß nicht, was zu machen, aber ich fühle das in meinem Körper Ich weiß nicht, was zu machen, was zu machen, aber ich fühle das Gefühl von Dissolution Also ich weiß nicht, was ich von diesem Gefühl der Auflösung halten soll Vielleicht ist es einfach nur ein weiterer Teil der Geschichte Also der Schlüssel, über den wir heute reden, ist durch den Körper durchschauen zu können oder weiterzuschauen Also dieser Körper scheint immer noch hier zu sein Also dieser Körper scheint immer noch hier zu sein Also diese Schwingungen, Vibrationen, das ist auch ein Teil der Geschichte You know, all the mystical But I wanted to stop You don't get to choose Du darfst nicht wählen, du kommst nicht dazu zu wählen All these mystical experiences and all the terrible experiences and horrifying experiences Also alle diese mystische Erfahrungen oder alle schreckliche Erfahrungen Sie sind alle ein Teil von der Geschichte Und sie bedeuten absolut nichts in Bezug auf das Erwachen, so wie wir darüber jetzt sprechen Wenn wir schon keine Wahl haben, können wir auch nicht verhindern Okay, but so, if we don't have a choice, does that mean we can't keep it from happening? That's right Yeah, genau You can't stop it from happening Du kannst es auch nicht aufhalten That's the good news Das ist die gute Nachricht Ja, das muss doch mal irgendwann mal abhören But hast du starb sometimes Everything stops when you're dead Alles hört auf, wenn du tot bist But you, who you really are, go on Aber du, wer du wirklich bist, geht auch weiter als das oder existiert weiter That's what's real This presence is never born and never dies Das ist, was real ist Diese Präsenz ist das, was nie geworden ist und nie stirbt Everything that comes and goes during the apparent life of the individual Also alles, was kommt und geht durch das scheinbares Leben des Individuums Is all part of the story Is alles ein Teil der großen Geschichte It's all happening within the presence that you are Also es geschieht alles innerhalb der Präsenz, der du wirklich bist These feelings, they'll come, they may go or they may not go Also diese Gefühle, sie kommen und es kann sein, dass sie gehen oder auch nicht gehen Ja, wo kommen die jetzt? But where do they come from? Where does, where, where does the story come from? Everything comes from consciousness Wo ist die Geschichte? Wo kommt die Geschichte her? Alles kommt von dem Bewusstsein But it's the same question as why is the story the way it is Aber es ist dieselbe Frage wie, warum ist die Geschichte so, wie sie ist Sind wir alle das gleiche wie du? Are we all the same as you? All the individuals in the story are apparently different Also alle Individuen in der Geschichte sind scheinbar unterschiedlich But who you really are is the same as me and all of us Und wer du wirklich bist, ist dasselbe wie wer ich bin und wer wir alle sind We're this presence, this loving presence in which all of this happens Wir sind diese Präsenz, diese liebende Präsenz in dem all dies geschieht Yes Du sagst, es ist keine Technik möglich anzuwenden You say there's no Technik that we can use Und es scheint mir, als wäre deine Technik, jede Technik fallen zu lassen And it seems to me that your Technik is to not do any Technik Sprich, die vollkommene Hingabe an das was ist So complete surrender to that what is Ohne irgendein Urteil Without judgment Nur für den meisten Durch die Konditionierung, die wir erlangt haben But through the conditioning that most of us have experienced Ist es nicht möglich, sofort sich hinzugeben an alles was ist It's not possible to just from one moment to the next surrender to all that is Also bräuchte man doch eine Technik, um den Mind zu überlisten? So we need a Technik to overcome the Mind It's even worse than that Also es kommt noch schlimmer als das Not only is there no Technik Nicht nur, dass es keine Technik gibt But there's no you to practice it Aber es gibt kein du, der dies anwenden kann And there's no you to need one either Und es gibt auch kein du, der dies braucht And I don't have a Technik either Und ich habe auch keine Technik My Technik is not telling you to surrender to what is Meine Technik ist, dass ich dir nicht sage, dass du dich hingeben sollst zu das was ist Because I'm telling you that you can't Who you think you are, can't surrender to anything Und weil ich dir sage, dass der, den du denkst, dass du bist, kann sich nicht hingeben zu irgendwas anderes Also es gibt nur eine gute Nachricht in dieser Geschichte Du bist schon hingegeben oder du hast dich schon hingegeben Du bist diese Präsenz, die du versuchst zu bekommen oder zu erlangen Es gibt absolut nichts, was du tun kannst, um dorthin zu kommen Du bist es, jetzt schon Super Technik Great Technik Yes Was ist mit Krankheit? Ist Krankheit nicht eigentlich hilfreich, um die Wahrheit zu finden? Was ist mit Krankheit? Ist Krankheit nicht hilfreich, um die Wahrheit zu finden? In der Geschichte kann nichts hilfreich sein, wahrscheinlich hilfreich sein Also in der Geschichte alles kann scheinbar hilfreich sein Wenn die Geschichte jetzt einen Charakter hat, der krankt und dann durch diese Geschichte durchschauen kann Dann scheint es so, dass das hilfreich war Aber wenn du jetzt das große Bild anschaust, das wir jetzt ganz klar beschreiben Aber wenn du jetzt das große Bild anschaust, das wir jetzt ganz klar beschreiben Es gibt keine Ursache und Wirkung und keine Zeit Diese Geschichte entfaltet sich in der Gegenwart Und es gibt nichts, was jetzt getan werden muss, um für später irgendwas zu kreieren Oder um irgendwas ungeschehen werden zu lassen, was in der Vergangenheit geschehen ist Diese Entfaltung geschieht jetzt Und jetzt bist du diese Präsenz Das ist alles, was es ist, diese liebende Präsenz Das ist alles, was es ist, diese liebende Präsenz Aber ist das nicht... Also Krankheit mache ich ja nicht Das mache ich ja nicht selbst Krankheit passiert mir Ist das dann eine Art von Gnade, dass ich krank werde? Ja, aber I don't, you know, I don't make myself sick Sickness just happens to me Is it a type of grace, that I become sick? Or ill? Jeder Moment ist Gnade Das ist Werbung für mein Buch Krankheit ist Gnade Liebe ist Gnade Schmerz kann Gnade sein, alles ist Gnade Gnade ist dieser Moment Gnade ist dieser Moment Gnade ist diese Moment Dieses lebende Moment in der Gegenwart, in der Präsenz Vielen Dank. Als ich weiß, war ich bei einem Satsang von dir mit Nadine zusammen, gibt Nadine keinen Satsang mehr? Und warum? Also soviel ich weiß, gibt er keinen Satsang mehr. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich weiß, also mir hat er gesagt, es ist einfach immer schwieriger, irgendwas zu sagen. Und es scheint so zu sein, je tiefer wir innerhalb dieser Mysterie reingehen, also so wie die Zeit scheint vorbeizugehen, scheint es, dass es immer weniger zu sagen gibt. Also es scheint eine Art Erkenntnis zu geben, nach dem Motto, wenn alles perfekt ist, wie es jetzt ist, dann ja, warum sich anstrengen, warum irgendwas tun? Also er lebt jetzt allein in einem Haus an einem Fluss und scheint absolut zufrieden zu sein, so wie das ist. Also ich weiß für dieser Charakter hier, dass ich inzwischen nur noch reagiere. Also wenn irgendjemand sagt, okay, ich zieh dir scheinbar irgendwo zu einer Stelle in dieser Geschichte, dann bin ich da, dann tauche ich auf. In der Rick-Geschichte scheint es zu sein, dass der Rick mehr und mehr in der Richtung gezogen wird, einfach nur Mediziner zu sein für seinen Beruf. Und immer weniger Satsang. Vielleicht wird sich das auch verändern, ich weiß es nicht. Nadine, Nadine, ist in der Haus in Costa Rica? Nein, außerhalb von Atlanta, in Georgia. Also außerhalb von Atlanta, in Georgia wohnt er. Not with his family or what? Nein, allein. Er lebt allein. Wer ist Nadine? Das ist Nadine. Nadine ist ein Freund und ein spiritualer Lehrer, der mir geholfen hat. zu erwachen. Nadine ist ein Freund und ein spiritueller Lehrer, der mir geholfen hat zu erwachen. Für die, die die Geschichte kennen, er war im Gefängnis, weil er mit Ecstasy gedealt hat. Und im Gefängnis ist er dann erwacht und hat für mehrere Jahre um die ganze Welt dann unterrichtet. Also deswegen, wenn Leute mich fragen, woher stammst du ab? Es ist eine Abstammung von Ex-Häftlingen, die Drogen gedealt haben. Also Trondier führt zu erwachen. Okay, so dealing drugs leads to... Right, obviously. Yeah, genau. That's why I say, like, there's so many different stories, you just... Genau deswegen sag ich, es gibt so viele verschiedene Geschichten. Ja. Ja. Might as well just give up. Also... Gib ein... ... ... speak ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020